Wladimir Ilyich Ulyanov, genannt Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus Vorwort Materialismus und Empiriokritizismus ist das philosophische Hauptwerk Wladimir Ilyich Lenins. Seine historische Bedeutung besteht darin, dass in ihm die marxistische Philosophie weiterentwickelt wird, dass es die grundlegenden philosophischen Fragen beantwortet, die zu jener Zeit vor der Partei standen, dass es die damals neuesten Errungenschaften der Naturwissenschaft verallgemeinert. Lenin unterzog in diesem Buch die reaktionäre, bürgerliche, idealistische Philosophie und den philosophischen Revisionismus einer allseitigen Kritik. Die Arbeit Materialismus und Empiriokritizismus ist ein Musterbeispiel bolschewistischer Parteilichkeit im Kampf gegen die Feinde des Marxismus. In ihr sind leidenschaftlich revolutionärer Geist und größte Wissenschaftlichkeit organisch miteinander verbunden. Lenin entwickelte die Lehre von Karl Marx und Friedrich Engels schöpferisch weiter und arbeitete allseitig, angewandt auf die neuen historischen Bedingungen, sämtliche Bestandteile des Marxismus weiter aus, darunter auch den dialektischen und historischen Materialismus. Jede Arbeit Lenins, auch wenn sie nicht speziell philosophischen Problemen gewidmet ist, ist ein Musterbeispiel für die Anwendung der materialistischen Dialektik als der gründlichsten und allseitigen Lehre von der Entwicklung auf die Analyse der historischen Situation der ökonomischen und politischen Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens. Wie Engels bemerkte, muss der Materialismus mit jeder epochemachenden Entdeckung schon auf naturwissenschaftlichem Gebiet seine Form ändern. Unter den veränderten historischen Bedingungen, als der Kapitalismus in das imperialistische Stadium seiner Entwicklung eingetreten war, als die Revolution in der Naturwissenschaft begonnen hatte, war es Lenin, der dem philosophischen Materialismus ein neues Gepräge gab. Ganz besondere Bedeutung für die weitere Ausarbeitung des dialektischen Materialismus hatte sein Buch Materialismus und Empiriokritizismus, das klassische Werk der leninschen Etappe in der Entwicklung des marxistischen philosophischen Denkens. Lenin schrieb das Buch in jener Periode der Geschichte Russlands, als die zaristische Selbstherrschaft nach der Unterdrückung der Revolution von 1905 bis 1907 einen grausamen Polizeiterror im Lande eingeführt hatte, als auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens die Reaktion wütete. Niedergang, Demoralisation, Spaltung, Zerfahrenheit, Renegatentum, Pornografie anstelle der Politik, verstärkter Hang zum philosophischen Idealismus, Mystizismus als Hülle kontrarevolutionärer Stimmung. So charakterisierte Lenin die Situation im Lande nach der Niederlage der ersten russischen Revolution, Die ideologische Rechtfertigung der Kontrarevolution, das Wiederaufleben einer religiösen Mystik, drückten der Wissenschaft, Literatur und Kunst ihren Stempel auf. In der Philosophie herrschten die reaktionärsten Formen des Idealismus, die den gesetzmäßigen Charakter der Entwicklung in Natur und Gesellschaft und die Möglichkeit ihrer Erkenntnis leugneten. In den bürgerlichen Kreisen, besonders innerhalb der Intelligenz, fand die Gottsucherei, eine reaktionäre religiös-philosophische Strömung, deren Vertreter behaupten, das russische Volk habe Gott verloren und die Aufgabe besteht darin, ihn wiederzufinden, weite Verbreitung. In der Literatur und Kunst pries man den Kult des Individualismus, apolitische Einstellung, reine Kunst, den Verzicht auf die revolutionär-demokratischen Tradition des russischen gesellschaftlichen Denkens. Die kontrarevolutionären Kräfte taten alles Erdenkliche, um die Arbeiterklasse und ihre Partei zu verleumden und die theoretischen Grundlagen des Marxismus zu untergraben. Unter diesen Bedingungen wurde die Verteidigung der marxistischen Philosophie zu einer wichtigen und dringenden Aufgabe. Wladimir Ilyich Lenin wies darauf hin, dass bei dem Reichtum und der Vielseitigkeit des Ideengehalts des Marxismus in verschiedenen historischen Perioden bald die eine, bald die andere Seite des Marxismus besonders hervorgehoben wird. War am Vorabend der Revolution von 1905-1907 die Anwendung der ökonomischen Lehre von Marx auf die russischen Verhältnisse von entscheidender Bedeutung in der Periode der Revolution die Fragen der Taktik, so trat nach der Revolution die marxistische Philosophie in den Vordergrund. Die Zeit der gesellschaftlichen und politischen Reaktion, schrieb Lenin, die Zeit des Verdauens der reichen Lehren der Revolution ist nicht zufällig eine Zeit, wo die grundlegenden theoretischen, darunter auch die philosophischen Fragen, für jede lebendige Richtung an eine der ersten Stellen rücken. So wie Lenin am Vorabend der ersten russischen Revolution die liberal-volkstümlichen Theorien widerlegte und die ökonomischen Lehren von Marx auf die Bedingungen in Russland angewandt hatte, so wie er in den Jahren der Revolution dem Opportunismus der Menscheviki die einzig richtige, die bolschewistische Taktik entgegengestellt hatte, so machte er auch in den Jahren der Reaktion die Versuche einer marxistischen Revision des Marxismus zunichte, entwickelte die marxistische Philosophie allseitig weiter und zeigte, dass nur sie als theoretische Grundlage für die Tätigkeit der proletarischen Partei, für ihre Strategie und Taktik, für ihre politische Linie dienen kann. Die in Russland wütende Reaktion war keine rein russische Erscheinung. In allen Ländern vollzog die Bourgeoisie, wie Lenin schrieb, in der Epoche des Imperialismus eine schroffe Wendung von der Demokratie zur Reaktion auf der ganzen Linie, in der Wirtschaft, in der Politik und in der Ideologie. Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts fand in Europa die sogenannte Philosophie der kritischen Erfahrung der Imperiokritizismus oder Machismusverbreitung. Sie war als eine Spielart des Positivismus entstanden und erhob den Anspruch darauf, die einzig wissenschaftliche Philosophie zu sein, die Einseitigkeit sowohl des Materialismus als auch des Idealismus angeblich überwunden habe. In Wirklichkeit jedoch verbarg sich hinter dieser Form ein subjektiv-idealistisches, reaktionäres Wesen. Unter den Einfluss des Imperiokritizismus gerieten auch einige bekannte Wissenschaftler, Paul Carré, Einstein und andere. Eine Reihe Sozialdemokraten, die sich für Schüler von Marx hielten, sahen im Machismus das letzte Wort der Wissenschaft. Dazu berufen, die dialektisch-materialistische Philosophie des Marxismus zu ersetzen. Die machistische Revolution der philosophischen Grundlagen des Marxismus war eine Erscheinungsform des internationalen Opportunismus. Einer der Führer der deutschen Sozialdemokratie, Karl Kautsky, hielt es für möglich, den Marxismus durch die machistische Erkenntnistheorie zu ergänzen. Den gleichen Standpunkt vertrat der österreichische Sozialdemokrat F. Adler. In einem Brief an Marxismus, In einem Brief an Gorky vom 31. Januar 1908, wies Lenin auf den Zusammenhang des Opportunismus mit dem philosophischen Idealismus hin. Der Materialismus als Philosophie wird bei ihnen überall recht stiefmütterlich behandelt. Die neue Zeit, das konsequenteste und bestfundierte Organ, verhält sich gleichgültig zur Philosophie, war niemals ein leidenschaftlicher Parteigänger des philosophischen Materialismus und hat in letzter Zeit ohne den geringsten Vorbehalt die Empirio-Kritiker veröffentlicht. Alle kleinbürgerlichen Strömungen in der Sozialdemokratie kämpfen vor allem gegen den philosophischen Materialismus. Sie tendieren zu Kant, zum Neukantianismus, zur kritischen Philosophie. In Russland wurde der Marxismus nicht nur von den offenen Feinden des Proletariats und seiner Partei propagiert, sondern auch von einer Gruppe sozialdemokratischer Intellektueller, der sowohl die Menschen Vicky, Valentinov, Yushkevich und andere, als auch Bogdanov, Basarov, Lutscharski und andere, die mit den Bolschewiki gegangen waren, angehörten. Sie benutzten den Machismus, um den dialektischen Materialismus zu revidieren. Bogdanov und seine Anhänger propagierten die Revision nicht nur der philosophischen, sondern auch der taktischen Prinzipien der proletarischen Partei. Sie verteidigten die sektiererische Taktik des Ozovismus und verzichteten auf die Ausnutzung der legalen Möglichkeiten im politischen Kampf. Unter den Bedingungen der ideologischen Zerfahrenheit in den Jahren der Reaktion stellte die machistische Revision des Marxismus, die auf die Untergrabung der theoretischen Grundlagen der Partei, auf die ideologische Entwaffnung des Proletariats gerichtet war, eine ernste Gefahr dar, die durch den Umstand verstärkt wurde, dass die Machisten, insbesondere Lunatscharski, versuchten den Sozialismus in eine neue Art Religion, das sogenannte Gottbildnertum, zu verwandeln, denn sie waren der Meinung, der Sozialismus werde dem russischen Volk in religiöser Form näher und verständlicher sein. Es war notwendig, das reaktionäre Wesen des Marxismus aufzuzeigen, den Marxismus zu verteidigen, die Grundfragen des dialektischen Materialismus zu erläutern, die neuen Entdeckungen der Naturwissenschaft vom dialektisch-materialistischen Standpunkt zu erklären. Diese Aufgabe erfüllte Lenin mit seinem Werk Materialismus und Empiriokritizismus. Lenin hielt es für notwendig, das Buch so schnell wie möglich herauszubringen. Wichtig ist, dass das Buch möglichst bald herauskommt, schrieb er. Mit seinem Erscheinen sind für mich nicht nur literarische, sondern auch ernste politische Verpflichtungen verknüpft. Er drängte auf die Herausgabe des Buches, weil im Juni 1909 eine Beratung der erweiterten Redaktion des Proletari, die, faktisch des bolschewistischen Zentrums, bevorstand, in der der entscheidende Kampf gegen Bogdanov und seine Anhänger ausgefochten werden sollte. Gegen die machistische Revision des Marxismus wandte sich auch Plechanov. Diese Tatsache wurde von Lenin positiv eingeschätzt. Jedoch war die Kritik, die Plechanov am Marxismus übte, begrenzt. Er ignorierte in seinen Arbeiten den Zusammenhang des Marxismus mit der Krise der Naturwissenschaft und beging Fehler bei der Darlegung des dialektischen Materialismus. Darüber hinaus versuchte Plechanov, ausgehend von seiner fraktionellen menschewistischen Anschauung, einen Zusammenhang zwischen Marxismus und Bolschewismus zu finden, wo die Verteidigung der marxistischen Theorie gegen den Revisionismus sehr erschwert wurde. Die Revisionisten auf dem Gebiet der marxistischen Philosophie wurden dank dem konsequenten Kampf, den die Bolschewiki unter der Leitung Lenins führten, zerschlagen, wobei das Buch Materialismus und Imperiokritizismus eine entscheidende Rolle spielte. Der Kampf war von großer internationaler Bedeutung. Durch ihn wurden die Behauptungen der opportunistischen Führer der Zweiten Internationale zerschlagen. Die Philosophie sei nicht mit der Politik verbunden. Die philosophischen Anschauungen jedes Parteimitgliedes seien seine Privatangelegenheit. Man könne Marxist sein, ohne in der Philosophie auf dem Boden des dialektischen Materialismus zu stehen. Zum Unterschied von der Epoche, in der Marx und Engels lebten, als die Aufgabe der Entwicklung und Verteidigung der materialistischen Geschichtsauffassung und der materialistischen Dialektik im Vordergrund stand, gewann um die Jahrhundertwende im Kampf gegen den philosophischen Idealismus die Verteidigung und Entwicklung des marxistischen, philosophischen Materialismus und der dialektisch-materialistischen Erkenntnistheorie entscheidende Bedeutung. Die bürgerlichen Philosophen waren bestrebt, theoretisch die Unmöglichkeit der Erkenntnis der objektiven Realität zu beweisen und zu behaupten, der Begriff Materie sei veraltet. Sie sahen die Aufgabe der Wissenschaft nur in der Analyse der Empfindungen und so weiter. Diese wissenschaftsfeindliche, idealistische Philosophie versuchten die Machisten mit den neuesten Entdeckungen der Naturwissenschaft zu belegen und als das letzte Wort der Wissenschaft hinzustellen. Lenin bewies die Haltlosigkeit derartiger Versuche, die faktisch eine Wiederbelebung der subjektiv-idealistischen Anschauung Berkeleys und Humes bedeuteten. Lenin deckte also die sozialen, klassenmäßigen Wurzeln des Marxismus auf und bewies, dass er den Interessen der Bourgeoisie in ihrem Kampf gegen das Proletariat und seine Weltanschauung, den dialektischen und historischen Materialismus, dient. Zugleich entlarvte Lenin endgültig den reaktionären Charakter der machistischen Revision des Marxismus und enthüllte das idealistische, antimarxistische Wesen des Empiriummonismus von Bogdanov, des Empirio-Symbolismus von Juszkiewicz und so weiter. Im Kampf gegen die reaktionäre idealistische Philosophie behauptete Lenin den marxistischen philosophischen Materialismus. Er entwickelte dessen Hauptthesen weiter und gab die klassische Definition der Materie, in der die gesamte Geschichte des Kampfes des Materialismus gegen Idealismus und Metaphysik sowie die neuen Entdeckungen der Naturwissenschaft verallgemeinert sind. Die Materie, schrieb Lenin, ist eine philosophische Kategorie zur Bezeichnung der objektiven Realität, die dem Menschen in seinen Empfindungen gegeben ist, die von unseren Empfindungen kopiert, fotografiert, abgebildet wird und unabhängig von ihnen existiert. Lenin betrachtet folglich die Materie in untrennbarem Zusammenhang mit der Bewegung und unterstreicht, dass die objektive Realität eben sich bewegende Materie ist. Die lenin'sche Definition der Materie ist von großer Bedeutung im Kampf gegen die moderne idealistische Philosophie, deren Vertreter die Errungenschaften der Naturwissenschaft verfälschen und versuchen, den geistigen Charakter des Seins, die Möglichkeit der Vernichtung der Materie und ihrer Verwandlung in Energie, zu beweisen, welche sie als ein gewiss immaterielles Wesen betrachten. In dem Buch Materialismus und Empiriokritizismus wird die von Engels stammende Formulierung der Grundfrage der Philosophie, der Frage nach dem Verhältnis von Materie und Bewusstsein, weiterentwickelt. Lenin weist auf das Primat der Materie gegenüber dem Bewusstsein hin und unterstreicht, dass der Gegensatz zwischen Materie, Sein und Bewusstsein Denken nur innerhalb der Grenzen der erkenntnistheoretischen Grundfrage von absoluter Bedeutung ist, dass außerhalb dieser Grenzen die Realität dieser Entgegensetzung unbestreitbar ist. Es ist Lenins großer Verdienst, dass er im Kampf gegen den subjektiven Idealismus und den Agnosticismus die marxistische Lehre von der Erkennbarkeit der Welt, die Widerspiegelungstheorie weiterentwickelte. Lenin verteidigte die materialistische Auffassung vom Psychischen, vom Bewusstsein als dem höchsten Produkt der Materie, als Funktion des menschlichen Gehirns. Er unterstrich, dass das Denken, das Bewusstsein, die Widerspiegelung der Außenwelt ist. Er gab die ausgezeichnete Definition von den Empfindungen als dem subjektiven Abbild der objektiven Welt. Er kritisierte die agnostische Theorie der Symbole oder Hieroglyphen, der zufolge die Empfindungen nur konventionelle Zeichen, nicht aber Abbilder der realen Dinge sind. Diese Theorie wird auch heute von Vertretern der verschiedenen Richtungen der modernen bürgerlichen Philosophie propagiert, sodass die Kritik, die Lenin an dieser Theorie übte, von aktueller Bedeutung ist. Lenin enthüllte den komplizierten dialektischen Prozess der Erkenntnis und zeigte, dass die Dialektik eben die Erkenntnistheorie des Marxismus ist. Zu dieser äußerst wichtigen These, die Lenin später in den Jahren 1914, 1915 in seiner Arbeit Karl Marx und in den philosophischen Heften endgültig formulierte, führen alle in dem Buch Materialismus und Empiriokritizismus entwickelten Betrachtungen Lenins über das Wesen der marxistischen Erkenntnistheorie. In der Erkenntnistheorie, schrieb er, muss man ebenso wie auf allen anderen Gebieten der Wissenschaft dialektisch denken. Das heißt, unsere Erkenntnis nicht für etwas Fertiges und Unveränderliches halten, sondern untersuchen, auf welche Weise das Wissen aus Nichtwissen entsteht, wie unvollkommenes, nicht exaktes Wissen vollkommener und exakter wird. Ein hervorragendes Beispiel für die Anwendung der Dialektik auf die Erforschung des menschlichen Erkenntnisprozesses ist die in der Arbeit Materialismus und Empiriokritizismus gegebene Analyse der Lehre von der Wahrheit. Lenin zeigt die Wahrheit als komplizierten, widerspruchsvollen Prozess der Entwicklung des Wissens und betrachtet ihn von zwei Seiten. Im Gegensatz zu den verschiedenen Formen des subjektiven Idealismus und des Agnosticismus unterstreicht er, dass der Inhalt unseres Wissens objektiv und vom Subjekt unabhängig ist. Gleichzeitig weist Lenin darauf hin, dass die Erkenntnis der Prozess, der Entwicklung der relativen Wahrheit zur absoluten Wahrheit ist und stellt somit die dialektisch-materialistische Lehre von der Wahrheit sowohl dem Relativismus als auch der Metaphysik entgegen. Das menschliche Denken, schrieb er weiter, ist seiner Natur nach fähig, uns die absolute Wahrheit, die sich aus der Summe der relativen Wahrheiten zusammensetzt, zu vermitteln. Und es tut dies auch. Jede Stufe in der Entwicklung der Wissenschaft fügt dieser Summe der absoluten Wahrheit neue Körnchen hinzu, aber die Grenzen der Wahrheit jedes wissenschaftlichen Satzes sind relativ und können durch die weitere Entwicklung des Wissens entweder weiter oder enger gezogen werden. Lenin zeigte die Bedeutung der Praxis im Erkenntnisprozess als Grundlage und Zweck der Erkenntnis, als Kriterium der Wahrheit, Er wies darauf hin, dass der Gesichtspunkt des Lebens der Praxis der Erste und Grundlegende in der Erkenntnistheorie sein muss, dass er unvermeidlich zum Materialismus führt. In seinem Buch hob Lenin hervor, dass die Wahrheit des Marxismus durch die gesamte Entwicklung der kapitalistischen Länder in den letzten Jahrzehnten bewiesen wird. Heute wird die Wahrheit der marxistischen Theorie nicht nur durch die Entwicklung des Klassenkampfes in den kapitalistischen Ländern bestätigt, sondern auch durch die Praxis des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus in den Ländern des sozialistischen Lagers. Die Revisionisten sind heute ebenso wie früher bestrebt, die Praxis der gesellschaftlichen Entwicklung zu verfälschen und die Revision des Marxismus dadurch zu rechtfertigen, dass sie die Marxisten des Dogmatismus bezichtigen. Lenin entlarvte die Versuche, die Grundlagen der marxistischen Theorie zu revidieren und zeigte zugleich die Notwendigkeit des schöpferischen Herangehens an den Marxismus. Er schrieb, die einzige Schlussfolgerung aus der von den Marxisten vertretenen Auffassung, dass die Theorie von Marx eine objektive Wahrheit ist, besteht im Folgenden. Auf dem Wege der marxischen Theorie fortschreitend werden wir uns der objektiven Wahrheit mehr und mehr nähern, ohne sie jemals zu erschöpfen. Auf jedem anderen Wege aber können wir zu nichts anderem gelangen als zur Konfusion und Unwahrheit. Das gesamte Buch Materialismus und Empiriokritizismus begründet sehr eingehend die Möglichkeit der objektiven Erkenntnis der in Natur und Gesellschaft herrschenden Gesetze. Es ist durchdrungen vom Glauben an die Macht und Kraft der menschlichen Vernunft. Die Ausarbeitung der wissenschaftlichen dialektisch-materialistischen Erkenntnistheorie durch Lenin ist ein hervorragendes Beispiel der schöpferischen Weiterentwicklung des dialektischen Materialismus. Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts begann in der Naturwissenschaft eine wahre Revolution. Man entdeckte die Röntgenstrahlen, die Erscheinung der Radioaktivität, das Elektronen, bei dessen Erforschung festgestellt wurde, dass sich seine Masse in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit verändert, man entdeckte das Radium und so weiter. Die Entwicklung der Wissenschaft offenbarte die Begrenztheit des bisher existierenden physikalischen Weltbildes. Man begann, eine ganze Reihe von Begriffen zu revidieren, die die frühere klassische Physik hervorgebracht hatte, deren Vertreter in der Regel auf dem Standpunkt eines spontanen, unbewussten, oft metaphysischen Materialismus standen, von dem aus die neuen physikalischen Entdeckungen unerklärbar schienen. Die klassische Physik ging davon aus, dass die Materie als philosophische Kategorie mit bestimmten Vorstellungen über ihre Struktur in metaphysischer Weise gleichgesetzt wurde. Die Mathematisierung der Physik wie auch das Prinzip des Relativismus, der Relativität unserer Kenntnisse, begünstigten jedoch in der Periode der grundlegenden Veränderung des physikalischen Weltbildes das Entstehen einer Krise in der Physik und waren die erkenntnistheoretischen Wurzeln des physikalischen Idealismus. Lenin zeigte, dass die neuen Entdeckungen in der Physik in Wirklichkeit nicht nur keine Widerlegung, sondern im Gegenteil eine Bestätigung des dialektischen Materialismus waren, zu dem die gesamte Entwicklung der Naturwissenschaft hinführt. Lenin charakterisierte die komplizierte Entwicklung der Physik ihr spontanes Suchen nach der richtigen philosophischen Theorie folgendermaßen. Die moderne Physik steuert auf diese einzig richtige Methode und einzig richtige Philosophie der Naturwissenschaft nicht direkt hin, sondern im Zickzack, nicht bewusst, sondern spontan, wobei sie ihr Endziel nicht klar sieht, sondern sich ihm tastend, schwankend nähert, manchmal sogar mit dem Rücken voran. Die tiefgreifende Umwälzung in den Anschauungen über die Natur, die um die Jahrhundertwende begonnen hatte, fiel zusammen mit einer Verstärkung der sozialen und politischen Reaktion, die durch den Übergang des Kapitalismus in ein neues, das imperialistische Stadium seiner Entwicklung hervorgerufen worden war. Unter diesen Bedingungen machte die idealistische Philosophie, die Revolution in der Physik ausnutzend, den Versuch, den Materialismus aus der Naturwissenschaft zu verdrängen, der Physik ihre erkenntnistheoretische Erklärung der neuen Entdeckung aufzuzwingen und die Wissenschaft mit der Religion zu versöhnen. Das Wesen der Krise der modernen Physik, schrieb Lenin, besteht in der Zerstörung der alten Gesetze und Grundprinzipien, in der Preisgabe der außerhalb des Bewusstseins existierenden objektiven Realität, d.h. in der Ersetzung des Materialismus durch Idealismus und Agnosticismus. Diese Ersetzung wurde auch noch dadurch erleichtert, dass allein schon die Lebensbedingungen in der kapitalistischen Gesellschaft die Wissenschaftler dem Idealismus und der Religion in die Arme treiben. Lenin analysierte nicht nur das Wesen der Krise in der Physik, sondern er zeigte auch den Ausweg aus dieser Krise, nämlich, dass sich die Physiker den dialektischen Materialismus zu eigen machen. Die Entwicklung der Naturwissenschaft in der UdSSR und in den Ländern der Volksdemokratie, die Arbeiten der fortschrittlichen Wissenschaftler in den kapitalistischen Ländern, haben diesen lenin'schen Gedanken bestätigt. Das Buch Materialismus und Empiriokritizismus enthält eine philosophische Verallgemeinerung der neuen Entdeckungen der Naturwissenschaft, an die Lenin als Philosoph heranging, ausgerüstet mit der fortschrittlichsten Denkmethode. Und gerade diese fehlte den Berufsphysikern. Die Methode ist die materialistische Dialektik und nur in ihren Kategorien kann die objektive Dialektik der Natur richtig widergespiegelt werden. Wie Lenin sagt, betont diese Methode im Gegensatz sowohl zur Metaphysik als auch zum Relativismus nachdrücklich, dass unsere Kenntnisse von der Struktur und den Eigenschaften der Materie annähernde relative Geltung haben, dass es in der Natur keine absoluten Grenzen gibt, dass die sich bewegende Materie Verwandlungen durchmacht, aus einem Zustand in einen anderen, und so weiter. Ausgehend von der materialistischen Dialektik stellte Lenin die These von der Unerschöpflichkeit der Materie auf. Das Elektron, schrieb er, ist ebenso unerschöpflich wie das Atom. Die Natur ist unendlich, aber sie existiert unendlich und eben diese einzig kategorische, einzig bedingungslose Anerkennung ihrer Existenz, außerhalb des Bewusstseins und außerhalb der Empfindung des Menschen unterscheidet den dialektischen Materialismus vom relativistischen Agnostizismus und vom Idealismus. Dieser sehr tiefe leninsche Gedanke fand seine allseitige Bestätigung durch die weitere Entwicklung der Wissenschaft, die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität, der komplizierten Struktur des Atomkerns, der modernen Theorie der Elementarteilchen und so weiter. In seinem Buch untersuchte Lenin auch solche philosophischen Probleme der Naturwissenschaft wie die Frage der qualitativen Vielfalt der Materie und der Formen ihrer Bewegung, das Prinzip der Kausalität, die Frage der objektiven Realität von Raum und Zeit als der grundlegenden Formen der Existenz der Materie und andere. Diese leninschen Ideen waren das Ergebnis der dialektisch-materialistischen Verallgemeinerung, einer ganzen Etappe in der Entwicklung der Naturwissenschaft, insbesondere der Physik, die den Beginn einer auch heute noch andauernden revolutionären Umwälzung in Wissenschaft und Technik bedeutete. In dem Buch Materialismus und Imperiokritizismus zeigte er die untrennbare Einheit des dialektischen und historischen Materialismus, entwickelte er die Hauptthesen des historischen Materialismus weiter, insbesondere die These von der bestimmenden Rolle des gesellschaftlichen Seins im Verhältnis zum gesellschaftlichen Bewusstsein. Den historischen Materialismus stellte Lenin der idealistischen Theorie Bogdanovs von der Identität von Sein und Bewusstsein entgegen, sowie den unwissenschaftlichen Versuchen der Machisten, die spezifischen Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung durch die soziale Energetik, durch biologische und andere naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu ersetzen. Lenin enthüllte den tiefgehenden Zusammenhang des Machismus mit der Religion, er zeigte, dass der Idealismus als philosophische Richtung ein wichtiges Mittel zur Aufrechterhaltung und Unterstützung der Religion ist. Er studierte den Imperiokritizismus gründlich, verglich ihn mit anderen Spielarten des Idealismus und kam zu der Schlussfolgerung, dass der Idealismus nur eine verfeinerte, raffiniertere Form des Fideismus, der in voller Rüstung gewappnet dasteht, über gewaltige Organisationen verfügt und nach wie vor unausgesetzt auf die Massen einwirkt, wobei er sich das geringste Schwanken im philosophischen Denken zunutze macht. Materialismus und Imperiokritizismus ist ein Werk des streitbaren proletarischen Atheismus, der auf einer konsequenten wissenschaftlichen Weltanschauung, dem dialektischen und historischen Materialismus, beruht und jeder wie immer gearteten Form der Verteidigung der Religion unversöhnlich gegenübersteht. Im Kampf gegen die marxistische Revision des Marxismus entwickelte Lenin das marxistische Prinzip der Parteilichkeit der Wissenschaft, der Parteilichkeit der Philosophie weiter. In seinem Buch entlarvte er die durch terminologische Spitzfindigkeiten und gelate Scholastik verhüllte, scheinbare Unparteilichkeit der bürgerlichen Philosophie. Er zeigte, dass die Entwicklung der Philosophie in einer antagonistischen, einer Klassengesellschaft unvermeidlich im Kampf der beiden philosophischen Grundrichtungen, des Materialismus und des Idealismus, zutage tritt, die in der Regel jeweils die Interessen der progressiven und der reaktionären Klassen zum Ausdruck bringen. Hierfür beweist Lenin die Unwissenschaftlichkeit des Idealismus und stellt ihm die materialistisch-philosophische Tradition entgegen, von Demokrit bis zu Feuerbach und Czerniszewski, die ihre höchste Entwicklung in der marxistischen Philosophie fand. Er betrachtet die Geschichte der Philosophie als Kampf zwischen den Tendenzen oder Linien eines Plato und eines Demokrit und unterstreicht, dass die neueste Philosophie ebenso parteilich ist wie die Philosophie vor 2000 Jahren, dass die Entwicklung der philosophischen Ideen organisch mit der Praxis des politischen Kampfes verbunden ist und dass Unparteiische in der Philosophie genau solche hoffnungslosen Dummköpfe sind wie in der Politik. Im Hinblick auf die reaktionären bürgerlichen Gelehrten schrieb Lenin, Keinem einzigen dieser Professoren, die auf Spezialgebieten der Chemie, der Geschichte, der Physik die wertvollsten Arbeiten liefern können, darf man auch nur ein einziges Wort glauben, sobald er auf die Philosophie zu sprechen kommt. Die Bourgeoisie fürchtet die objektive Erforschung der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung, die den Kapitalismus zum Untergang verurteilen und fordert daher von ihren Kommis, dass sie die Ergebnisse dieser Forschung verfälschen und die Ewigkeit und Unerschütterlichkeit der kapitalistischen Ordnung beweisen. Aus diesem Grunde ist die bürgerliche Parteilichkeit ein Feind jeder Objektivität und Wissenschaftlichkeit. Jedoch kann das Proletariat, das dazu berufen ist, die Menschheit von der Ausbeutung zu befreien und das legitimiert ist, das gesamte kulturelle Erbe der Menschheit, auch das von der bürgerlichen Gesellschaft Geschaffene zu übernehmen, nicht auskommen, ohne sich die Kultur der Vergangenheit anzueignen. Die Aufgabe der Marxisten, schrieb Lenin, ist zu verstehen, sich von diesen Kommis gemachten Errungenschaften anzueignen und sie zu verarbeiten und zu verstehen, die reaktionäre Tendenz derselben zu verwerfen, der eigenen Linie zu folgen und die ganze Linie der uns feindlichen Kräfte und Klassen zu bekämpfen. Die Erfüllung dieser von Lenin gestellten, zweifältigen Aufgabe spielt eine bedeutende Rolle im Kampf für den Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Da sich der Aufbau des Kommunismus unter den Bedingungen des Nebeneinanderbestehens zweier entgegengesetzter gesellschaftlicher Systeme, des Sozialismus und des Kapitalismus vollzieht, gewinnt die zweite Seite dieser Aufgabe besondere Bedeutung, nämlich der Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, ein Kampf, in dem das von Lenin entwickelte Prinzip der revolutionären, proletarischen Parteilichkeit von größter Wichtigkeit ist. Lenins Werk Materialismus und Imperiokritizismus spielte eine hervorragende Rolle bei der ideologischen Festigung der bolschewistischen Partei im Kampf gegen alle Formen und Spielarten des Opportunismus, gegen alle Verfälscher des Marxismus in der Arbeiterbewegung Russlands. Lenin betonte in diesem Werk die logische Geschlossenheit, die Folgerichtigkeit des dialektischen Materialismus. Man kann aus dieser aus einem Guss geformten Philosophie des Marxismus, schrieb er, nicht eine einzige grundlegende These, nicht einen einzigen wesentlichen Teil wegnehmen, ohne sich von der objektiven Wahrheit zu entfernen, ohne der bürgerlich-reaktionären Lüge in die Fänge zu geraten. Diese treffenden Worte Lenins wurden durch die gesamte Entwicklung des marxistisch-philosophischen Denkens durch seinen siegreichen Kampf gegen die reaktionäre Weltanschauung der imperialistischen Bourgeoisie bestätigt. Das Buch Wladimir Ilyich Lenins ist auch heute eine scharfe Waffe der kommunistischen und Arbeiterparteien im Kampf um die Reinheit der marxistischen Theorie gegen die bürgerliche Ideologie und den modernen Revisionismus. Es lehrt die Erscheinungen des heutigen gesellschaftlichen Lebens wissenschaftlich-marxistisch zu verstehen, die Gesetzmäßigkeiten seiner Entwicklung aufzudecken, auf dieser Grundlage die Strategie und Taktik des Klassenkampfs auszuarbeiten, die klassenmäßigen und erkenntnistheoretischen Wurzeln des Revisionismus bloßzulegen. Die Winkelzüge der Revisionisten im Kampf gegen den Marxismus entlarven, schrieb Lenin. Eine immer raffiniertere Verfälschung des Marxismus, immer raffiniertere Versuche, antimaterialistische Lehren als Marxismus auszugeben, das kennzeichnet den modernen Revisionismus sowohl in der politischen Ökonomie als auch in den Fragen der Taktik und in der Philosophie überhaupt, in der Erkenntnistheorie ebenso wie in der Soziologie. Diese Hinweise sind von besonderer Bedeutung für den Kampf gegen die modernen Revisionisten. Lenins Buch ist ein Musterbeispiel für den Kampf gegen die moderne bürgerliche Philosophie und Soziologie. Es entlarvt die wichtigsten Wege und Methoden, deren sich die Ideologen der reaktionären Bourgeoisie bei ihrer Kritik am Marxismus bedienen. Ersetzung der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung durch biologische, psychologische und sonstige Faktoren, pseudohumanistische Verteidigung der menschlichen Persönlichkeit, die der Marxismus angeblich missachtet, das Bestreben, den Marxismus unter dem Deckmantel seiner Weiterentwicklung zu verfälschen usw. Lenin zeigte und die weitere Entwicklung der Naturwissenschaft hat es bestätigt, dass der dialektische Materialismus die einzig richtige Philosophie der Naturwissenschaft die konsequenteste und wissenschaftlichste Denkmethode ist. Das Buch Lenins hat vielen fortschrittlichen Wissenschaftlern geholfen, auf ihren Wissenschaftsgebieten den richtigen Weg zu finden, mit der idealistischen Philosophie zu brechen und auf die Position der wissenschaftlichen, dialektisch-materialistischen Weltanschauung überzugehen. Seine gegebene Analyse der Entwicklung der Naturwissenschaft um die Jahrhundertwende, die gründliche, philosophische Verallgemeinerung der Errungenschaften der Naturwissenschaft, seine Charakteristik der Krise, der Physik und die Bestimmung des Auswegs aus dieser Krise sind von größter Bedeutung für den Kampf gegen die moderne, idealistische Verfälschung der wissenschaftlichen Entdeckungen, für den Sieg des dialektischen Materialismus in der Naturwissenschaft, für den weiteren Fortschritt der Wissenschaft. Das Buch Materialismus und Empiriokritizismus ist ein hervorragendes Werk der marxistischen Philosophie, das für die Aneignung der dialektisch-materialistischen Weltanschauung von großer Bedeutung ist. Auch heute dient die philosophische Arbeit Lenins nach wie vor dem Kampf gegen die reaktionäre bürgerliche Philosophie und Soziologie, gegen Revisionismus und Dogmatismus, dient sie der Erkenntnis und revolutionären Umgestaltung der Welt. Bezähl der Erkenntnis von Soziologie, auf der Erkenntnis und Verständnis von Soziologie, auf der Erkenntnis von Soziologie, auf der Erkenntnis